Es ist schon eigenartig. Jetzt kann man es nicht mehr aufhalten. Mein Lied geht in die Welt hinaus. Und bringt Tantien mit nach Haus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als ob ich es noch nicht weglassen sollte. Als ob es mir noch etwas sagen wollte. So etwas wie eine Botschaft. Aber ich verstehe sie nicht. Ich versuche es, aber ich verstehe die Botschaft nicht. Sie dürfen sich nicht zu sehr anstrengen, sonst verstehen Sie sie erst recht. Aber ich verstehe die Botschaft nicht.